Wir haben heute einen wunderschönen Skitag vom Ski- und Wanderhotel Graz in Großall. Schönen Tag! Schönen Tag, ja! Ein Fächter! Wir kommen gerade von Dorfgastein. Was in den Wacken, dann könnt ihr mit den Intern, auch weil, das ist eine Kur. Die Stimmung ist gut. Jetzt müssen wir es ein bisschen fertig machen. Wunderschöner Tag, sehr sonnig. Der Schnee ist auch noch sehr gut. Da hinten haben wir Dorfgastein, dann Badhofgastein und ganz hinten Badgastein. Und wir fahren jetzt wieder nach Großall. Bis zum nächsten Mal, noch mal! Wuuuuh! Ja! 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 ... ... ... So, meine Gruppe im Anmarsch. Zum Lift. Super. Super. Hey. Zum Lift. Hallo. Zum Lift. Fahren wir gleich zum Lift. Hey, sehr gut. Jetzt mal in die Serie, einmal zur Schutz auf dem Ring Christian Dumm Momente schon denn mit der Milch Reiminen immer wieder um Gäste um eine die Einwimizin der Ung jest und um das ist eine große große Schreiber, Vielen Dank.